Guten Morgen, können Sie mich hören? Es ist ja nicht ganz leicht, nach diesen arbeitsreichen Tagen nochmal hier zusammen zu kommen. Und von was soll man eigentlich reden, von dem man eigentlich die ganze Zeit geredet hat? Es ist immer ein bisschen schwierig und dazu sind wir alle auch ein bisschen müde und wollen eigentlich schon nach Hause. Aber ich habe mir vorgenommen, doch zum Abschluss vielleicht noch eine andere Nuance in diese Diskussion hineinzubringen. Ich meine, der Anlass ist klar, 20 Jahre Tschernobyl, das uns also sehr entsetzt hat, uns tief getroffen hat, vielleicht für einen Kernphysiker wie mich, der also vor 50 Jahren bei Edward Teller seinen Doktor gemacht hat, gerade zu der Zeit, als die erste Wasserstoffbombe gezündet wurde. Und also diese Debatte, die wir hier führen, schon damals angefangen haben. Viele fragen mich, ja wann hast du denn die Gegenhaltung angenommen? Ich habe mit Edward Teller vom ersten Tag an darüber gestritten, warum wir überhaupt Atombomben bauen müssen, warum wir überhaupt Kernenergie in diesem Fall ausbauen müssen. Also ich bin vertraut damit und es war vorher zu sehen, dass auch irgendwann mal etwas schief gehen würde. Und die Hoffnung war auch, dass das auch ein Lehrgeld oder ein Lehrbeispiel geben könnte, um zu sehen, dass wenn wir mit Kernenergie umgehen, dass wir es hier mit einer Energiedichte zu tun haben, die ein Faktor eine Million mal größer ist, als die Energiedichte, die wir mit chemischer Reaktion eben erreichen können. Und das ist vielen eben nicht so geläufig. Für die ist das, wie Adenauer damals meinte, dass es ja nur eine verbesserte Artillerie ist, als er die ersten Atomwaffengespräche unternommen hatte. Und wenn ein Physiker dann auch über dieses Thema spricht, dann hat er schon den Hang, es auch einzubetten in einen größeren Zusammenhang. In meinen vielen Gesprächen, die ich jetzt gerade in diesen Wochen führe, die gehen immer wieder darum, sehr viele Kernenergiebefürworter, stelle ich immer wieder fest, dass wir eine ganz andersartige Perspektive haben. Dass es mich wenig interessiert, was wir in den nächsten 10, 15 Jahren machen, selbstverständlich interessiert es mich schon, wenn ich verhandeln muss, aber nicht für eine Orientierung, dass ich gewöhnt bin, in größeren Zeitabschnitten zu denken, dass ich in Zeitabschnitten denke, dass ich sage, die westliche Zivilisation, die dokumentierte ist 5000 Jahre alt, also ich sollte meinen Horizont, vielleicht auch 5000 Jahre in die Zukunft hinein ausdehnen, um zu sehen, was wir eigentlich machen dürfen, was wir nicht machen dürfen. Und dann kommt man notwendig auf ein Thema, wo man nicht nur über Energie spricht, sondern über zukunftsfähige Energie, nicht nur zukünftige Energie, zukunftsfähige Energie. Und da steckt eben drin, dass mir auch am Herzen liegt, dass es noch Menschen gibt, die wirklich dann auch etwas mit der Energie anfangen kann und dass wir uns nicht selber vorher ruiniert haben. Um das geht es nämlich. Es ist also eine Frage, die mit Nachhaltigkeit zu tun hat und allgemeine Überlegungen herausfordern, die nicht so leicht sind für jemanden, der gewohnt ist, dass er sagt, ich kann nur denken, wenn ich es auch in einer Handlung nachvollziehen kann. Wir haben ein Organ, das uns Orientierung erlaubt und das verkümmert bei uns, weil Orientierungswissen immer weniger Bedeutung hat, weil wir so mit dem Verfügungswissen zu tun haben, wieder neue Dinge zu entwickeln, Techniken und so fort und keine Zeit haben, darüber nachzudenken, dass wir hier eingebettet sind in einen größeren Zusammenhang. Und diese Einbettung befähigt uns, mit Komplexität umzugehen, ohne sie auseinanderzunehmen. Einfach vom Gefühl her, und das ist nicht nur privat und subjektiv. Damit haben wir dreieinhalb Milliarden Jahre bisher überbrückt, sonst wären wir nicht hier. Und wir sollten auch von dieser Weisheit Gebrauch machen. Und das können wir schon dann mit der Vernunft in Verbindung bringen. Das heißt, wir stehen heute für eine Herausforderung unserer Vernunft, dass wir sie einsetzen müssen und nicht nur gedankenmäßig Planspiele zu machen, wie wir über die nächsten Jahre über die Runden kommen. Das ist einfach. Wir müssen einfach wissen, dass wir eingebettet sind in einen größeren Zusammenhang, die wir Natur nennen oder Wirklichkeit oder wie auch immer, oder die besonderen Bedingungen auf dieser Erde. Und diese Bedingungen und dieser Zustand, der kann ohne uns auskommen, aber wir können nicht ohne diese Einbettung auskommen. Und das muss uns also ganz klar werden. Für mich ist es das Erste, dass wir mal fragen, was steht uns eigentlich zur Verfügung? Wir sind nicht in einer offenen Welt, wo wir einfach alles tun können, was wir wollen, aber wir sehen uns unsere Erde, unsere Geosphäre, Geobiosphäre, in die wir eingebettet sind. Damit meinen wir eigentlich nicht die ganze Erde, sondern nur eine gewisse Schicht der Erde, 10 Kilometer nach oben in der Atmosphäre und 10 Kilometer vielleicht in die Erde runter. Das ist praktisch der Boden, an dem wir eigentlich angepasst sind. Und das ist nur ein ganz geringer Anteil davon. Nun, diese Erdoberfläche ist nicht abgeschlossen, aber sie ist im Großen und Ganzen abgeschlossen, dass das Material, das uns da zur Verfügung steht, im Wesentlichen begrenzt ist. Ab und zu haben wir Vulkanausbrüche, die aus dem Erdinnern neues Material an die Oberfläche kommen. Und wir können auch, indem wir bohren, können wir, sagen wir mal, bis 10 Kilometer nach unten gehen und können von diesem Gebrauch machen und sie zu unserer Erde eben hinzuzählen. Wir werden dauernd versorgt mit neuen Schwermetallen aus dem Erdinnern und das ist auch ganz wichtig. Aber im Wesentlichen sind wir Material abgeschlossen. Und keiner kann herkommen und sagen, ich fordere, dass ich also hundertmal so viel Kupfer haben will, als was auf der Erdoberfläche vorkommt. Das kann man hundertmal sagen, es hilft nicht viel. Man kann nicht einfach neue Materie schaffen, wir müssen mit dem auskommen, was da ist. Das zweite ist, dass wir in Bezug auf die Energie nicht abgeschlossen sind. Und das ist ganz wesentlich. Das heißt, wir sind im Energiestrom der Sonne, die uns Energie zustrahlt. Und diese Energie, die zugestrahlt wird, die wird auch fast vollständig wieder in den Weltenraum zurückgestrahlt, aber in einer anderen Form. Wir bekommen sie in einer Hochqualitätsform und senden sie wieder zurück in den Weltenraum, in den schwarzen Nachthimmel hinein, in einer minderen Form. Und dieser Unterschied an Ordnungseigenschaft der Energie ist das Wesentliche, was das ganze Leben hier ausmacht, von dem wir eigentlich sprechen, wenn wir sagen, wir brauchen Energie. Wir brauchen arbeitsfähige Energie, wo man ausdrückt, eine spezielle Art von Energie, die auch arbeitsfähig ist, die nicht nur einfach Wärme ist in diesem Zusammenhang. Und Sie müssen auch sehen, dass das, was wir im Augenblick abzapfen, von der Sonnenenergie, ist nur etwa ein Zehntausendstel von der Energie, die die Sonne uns eigentlich auf die Erde schickt. Also da ist doch wesentlich mehr da. Und das ist ein Bild, das ich bekommen habe, wo Sie auch ein bisschen zeigen, hier die Sonneneinstrahlung auf der einen Seite und die Versorgung mit Mineralien noch von unten. Wir sind in diesem Sinne in einem offenen System. Warum kommen wir in Schwierigkeiten? Wir kommen in Schwierigkeiten, weil das Wirtschaftssystem wächst und wächst und wächst. Und es war in der Vergangenheit nur sehr viel kleiner als das, was wir sozusagen jeden Tag an Energie, sozusagen an Ordnungseigenschaften hinzubekommen haben. Sondern wir kommen nun in eine Full World Economy, wo wir in dieselbe Größenordnung hereinkommen. Und jetzt fängt es an, sozusagen schwierig zu werden, weil vorher konnten wir sagen, wir leben in einer unendlich großen Welt. Wenn wir Ressourcen brauchen, dann greifen wir zu und nehmen es raus, egal wie viel. Wir brauchen nur gute Instrumente, um das rauszuholen. Und wenn wir Abfall haben, dann schmeißen wir das einfach raus und die Natur wird es einfach wegschaffen. Jetzt sind wir in einem Zustand, wo das einfach nicht mehr so automatisch passiert. Und deshalb müssen wir uns jetzt auch auf die Zukunft anders vorbereiten und nicht annehmen, wie ein Säugling. Die Mama, die macht das alles. Jetzt muss ich auch einmal dafür sorgen, dass ich selber mich ernähren kann. Ich muss dafür sorgen, wo mein Scheiß hinkommt, wenn ich ihn ablade. Das kommt jetzt auf uns zu. Und dafür sind wir nicht gut vorbereitet auf diese Geschichte. Ich habe hier auch noch mal hier in diesem Bild gezeigt, dass es nicht die Sonnenenergie ist, die wesentlich ist. Ein winziger Teil wird vorübergehend durch die Pflanzen- und Tierwelt sozusagen absorbiert und verwandelt, aufgenommen und der Rest wird in den Weltenraum zurückgestrahlt. Und deshalb ist die Sonne nicht nur als Energiequelle eben wichtig, sondern ich nenne es dann eine Syntropie-Quelle. Es ist eine Quelle, die Ordnungseigenschaften bringt, mit dem wir es uns gelingt, primitivere Konfigurationen in komplexere zu verwandeln, wo in der Natur eigentlich wir immer nur feststellen, dass das komplexere in das einfache eben verwandelt wird, an dem wir täglich beteiligt sind, in dem wir alles kaputt machen. Das ist ganz einfach. Aber wir sind ja Teil des Biosystems, das also aufgefordert muss, genau im Gegentrenn zur übrigen Natur zu gehen, das vom Komplexen zum Einfachen geht. Wir müssen eben umgekehrt gehen, aber wir können das nicht machen, ohne die Hilfe eben der Sonne in diesem Fall. Und das haben wir zur Verfügung. Und wenn wir es nicht nutzen, dann wird es einfach als Wärmestrahlung wieder in den Weltenraum zurückgesandt. Und wir haben also nichts damit eigentlich angefangen. Ich muss also noch etwas über Nachhaltigkeit sprechen, aber nicht ganz, damit wir auch verstehen, was wir über Zukunftsfähigkeit meinen. Eingebettet in die Nachhaltigkeit, die wir haben. Da ein Wort, das ich nicht gern mag, obwohl ich es selbst mit eingeführt habe, als Übersetzung für Sustainability. Nachhaltigkeit, da schlafen wir die Füße ein. Das ist aber ein dynamischer Begriff. Es ist ein dynamischer Begriff, der eigentlich heißen müsste, das Lebende lebendiger machen. Oder das Lebende lebendiger werden lassen. Dass wir an diesem Prozess beteiligt sind von dreieinhalb Milliarden Jahren. Ja, das ist als Rauf auf den Berg und nicht runterfallen in diesem Fall. Ja, und das müssen wir wissen. Wir sind in diesem Prozess mit drin und wir sollten uns nicht mit der unbelebten Materie vergleichen und glauben, dass wenn wir in Lawinenfelder hineinlaufen, eine Lawine nach der anderen auslösen, dann schätzen wir allerdings sehr viel in Bewegung und wir werden als die Leistungsträger der Nation gefeiert. Aber eine Lawine den Berg runterrollen zu lassen, ist keine Leistung. Eine Lawine hochzutragen, wäre eine Leistung. Ja, aber das wird nicht toleriert, weil das Bruttosozialprodukt sagt, nur wie viel hast du bewegt. Ganz egal, ob es runder oder rauf geht. Bei dieser Nachhaltigkeit nehme ich allgemein, dass wir drei Ebenen haben. Die ökologische, die gewöhnlich genommen wird. Dann die gesellschaftliche und dann die ökonomische. Wir sprechen von den drei Säulen. Es ist eigentlich eine falsche Sprechweise. Es ist eine Hierarchie. Die Ökologie umgreift eben alles. In der ist die Gesellschaft eingebettet. Und in dieser Gesellschaft ist der Mensch eingebettet. Der lebende Mensch, der nicht nur physische Bedürfnisse hat, sondern auch emotional sich entwickeln will und auch psychisch und spirituell sich entwickeln wird. Den kann ich nicht einfach in die Kategorie Ökonomie reinnehmen, und die sich ja nur kümmert um den physischen Teil. Es geht mir hauptsächlich um den Menschen. Und er ist in dieser Hierarchie eingebaut, obwohl er sozusagen ein Geschöpf ist, das wahrscheinlich in dieser Entwicklung eine Stellung ganz oben einnimmt und deshalb auch ganz besonders gefährdet ist. Aber ich muss das Fundament in Ordnung bringen, wenn ich den ersten und zweiten Stock bevölkern will. Und deshalb kann ich die Ökologie nicht vernachlässigen. Ich muss sie an die erste Stelle tun. Und die Ökonomie, die kommt ganz am Schluss. Und ich soll nicht nur Ökonomie sagen, sondern mich interessiert nicht der Homo economicus. Deshalb bin ich nicht stolz auf die Menschheit, sondern den Homo sapiens, der wirklich die Fähigkeit hat, sich auch zu entwickeln und weiterzugehen, neue Dinge zu machen, entdecken, der kreativ ist, der die Welt verändert, der auch die Eigenschaft hat, dass er es nicht sich so entfalten kann, seine Persönlichkeit, sondern die Eigenschaft hat, auch kooperativ in der Gemeinschaft zu wirken und seine Fähigkeiten der Gemeinschaft wieder zurückzugeben. Auf diese Weise findet ja die Evolution nur Stand, die lebendige, an der wir dreieinhalb Milliarden Jahre beteiligt sind. Nun offensichtlich verletzen wir diese Nachhaltigkeit. Und das Erste ist, dass wir feststellen, dass das wirtschaftliche Paradigma, das wir verwenden, im Widerspruch steht mit dem Paradigma des Lebendigen, das nämlich Wertschöpfung bedeutet, vom Einfachen zum Komplexen überzugehen und nicht in dem Umgekehrten. Und ich will Ihnen gleich sagen, warum wir eigentlich in der entgegengesetzten Richtung gehen. Und ich kann auch ein Beispiel eben nehmen, das für uns besonders wichtig ist, in der Stoff- und der Energiewirtschaft, dass wir, wenn wir also nicht erneuerbare Brennstoffe verbrauchen, ist das klarerweise ein Abfall, dass sich ein höher organisiertes System, wie es in der Kohle ist, verwandelt in ein CO2, das sozusagen niedergeordnet ist und dass wir merken, dass dieser Weg einfach ist. Ich brauche nur ein Zündholz, um diesen Weg zu machen. Das ist der Schmetterlingsschlag, ein Schmetterling, der einen Taifun auch auslösen kann. Das ist ganz einfach. Aber aus dem CO2 wieder die Kohle zu machen, an das denkt keiner. Das ist die eigentliche Arbeit. Und wir sind an diesem Prozess beteiligt, an dem, der das Lebendige eben ausmacht. Dann sind wir schon drauf gekommen, es liegt nicht nur an der Ressource, die geht zu Ende und das löst sich das Problem alleine. Dann schreien wir, ja, aber was machen wir dann? Dann kommt das Zweite, dass auch die Endprodukte, die eine Rolle spielen, die da herauskommen, dass sie uns auch gefährden. Und das fing erst mit der Kernenergie an. Und als Kernphysiker haben wir auch gesagt, Augenblick mal, die Kohle hat ja dieselben Probleme. Und da kommt also das CO2, vielleicht müsste man auch sehen, ob das überhaupt erlaubt ist, obwohl es in der Atmosphäre ja nur ein ganz seltenes Gas ist. Ob das nicht auch gefährlich ist. Und wir wissen heute, wir reden heute über das CO2, als ob es das ökologische Problem ist. Und es ist das ökologische Problem für uns Menschen, weil wir alle mit dem Wetter eigentlich gut vertraut sind. Aber ich sage Ihnen, es ist nur die Spitze eines Eisbergs. Wir ruinieren dieses Biosystem in einem viel, viel größeren Umfang, aber noch für die meisten verborgen, in dem wir sehr viel mehr Energie umsetzen, als wir wirklich für unser Leben eigentlich gebrauchen, unsere ganze industrielle Evolution und Revolution. Die geht eigentlich auf Kosten von diesem Hintergrund, der da ist, dass wir nämlich überall Speicher von Sonnenenergie haben, Erdöl, Kohle, Erdgas, über Millionen von Jahrhunderten angesammelte Sonnenenergie, die wir jetzt in ein, zwei Jahrhunderten einfach eben verbrauchen. Die Kollision hier der Ökonomie mit der natürlichen Wertschöpfung, die ist ganz offensichtlich und ich will hier nicht darauf eingehen, aber es liegt eben daran, dass die Wertschöpfung der Natur, dass die überhaupt in der umgekehrten Richtung geht, zu höheren Strukturen, anstatt zu primitiveren, bedeutet, dass hier ein ganz wesentliches Element ist, ein Plus-Summen-Spiel, wo der Vorteil des Einen sofort in die Gemeinschaft übergeführt wird und auch von der benutzt werden kann und auf diese Weise immer höhere Lebewesen entstehen, während die Wirtschaft ein Null-Summen- und Negativ-Summen-Spiel, wo es immer Gewinner und Verlierer gibt oder nur Verlierer, bis auf wenige eben Gewinner. Das ist, was wir spielen und das geht nur in der Abwärtsentwicklung, die wir in der unbelebten Natur eben beobachten. Das ungeheure Wachstum, der Wachstumsprozess, ist ja nicht eine Wertschöpfung, sondern indem wir Naturvermögen einfach verwandeln in technisches Wachstum, aber nicht sehen, dass wir auf diese Weise die Unordnung eben vergrößern, weil wir diese Reservare an Ordnung zerstören in diesem Fall. Nun, die Energie spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Sie ist eine Schlüsselgröße und ich habe hier eine Auflistung gemacht, damit wir nur kurz sehen, wie das ungefähr aussieht. Das 18% der Energie, der Primärenergie, die wir verbrauchen, die hängt also mit erneuerbaren Energien zusammen. Das ist also die Biomasse und die Wasserkraft. Und die nicht erneuerbaren, die machen also 82% aus und davon ist also die Kernenergie, die rechne ich eigentlich, die rechne ich auch zu den nicht erneuerbaren, die sind auch es wirklich. Die fossilen rechne ich in diesem Fall auch mit den nicht erneuerbaren, stimmt nicht. Wenn ich hunderte von Millionen Jahren warte, sind die wieder da, ja, aber ich verbrauche das ja in einem Millionentempo, in dem Sinne sind sie nicht erneuerbar. Das heißt also, und ich habe hier auch noch ein Bild gemalt, dass Sie wissen, woher wir eigentlich die Reservare an Energien bekommen. Wir fangen erst an, hier mit der Sonnenenergie genau, mit der wir eigentlich in den letzten dreieinhalb Milliarden Jahren ausgekommen sind und nicht gesagt haben, ja, wir haben mehr Energiehunger. Es war eigentlich immer genügend da. Dann hat man die fossilen Brennstoffe entdeckt und ich sagte, das sind Millionen von Jahren, in denen sich die gebildet wurden, einfach aus organischen Stoffen, Pflanzen und Tieren, die in unsere Schichten gekommen sind. Heute haben wir dann auch das Uran. Das Uran, das kommt von Supernova-Explosion vor zwei, drei Milliarden Jahren, diese ganz schweren Elemente und dass wir Uran nur haben, liegt daran, dass eine Halbwertszeit hat von 1,2 Milliarden Jahren. Das heißt, von denen ist das Einzige noch übrig geblieben, weil es so langlebig war, dass wir es noch feststellen. Nun, das Wasserstoff, den wir für die Kernfusion verwenden wollen, der kommt noch vom Urknall her. Also, da haben wir das eigentlich auch noch zur Verfügung. Die sind nicht erneuerbar, Wasserstoff haben wir genügend eigentlich. Also, das könnte man fast auch für etwas nehmen, was wir auch noch länger zur Verfügung haben. Das heißt, wenn wir fossile Brennstoffe verwenden, dann nenne ich das eine Bankräubergesellschaft, indem wir Schweißgeräte feststellen, wo wir jeden Tag einen neuen Tresor aufschweißen und den ausräubern und dann nennen wir das Wertschöpfung. Das liegt aber nur daran, solange man noch Tresore eben hat. Und das Zweite, auf das ich ganz besonders hinweisen will und in meinem Vortrag ist nun der andere Aspekt. Dass die Energie, die ich verbrauche, die ich insgesamt umsetze, praktisch eine Störung des Biosystems ausmacht. Und Sie müssen sich vorstellen, das Biosystem ist ein total anderes System in unserem Geosystem, in dem Sinne, dass es ein statisch instabiles System ist, das nur dynamisch stabilisiert wird durch Sonnenenergie, die durchgeht. Und wenn ich, ich kann das deshalb mit einem Kartenhaus vergleichen. Wir alle tanzen auf einem Kartenhaus und merken es nicht. Und wir sind sogar ganz oben. Wenn das Kartenhaus zusammenstürzt, sind wir die Ersten, die abstürzen. Und wir ziehen unten Kartenhaus und sagen, warum brauche ich dieses Vieh hier? Warum brauche ich diese Pflanze? Die ist doch für mich eigentlich nicht wichtig. Und wir verstehen nicht, die ganze Struktur, dieses Biosystem, eines hoch raffinierten Systems, in dreieinhalb Milliarden Jahren immer, nicht nur durch Zwei und Erdung, durch Kooperation nach oben entwickelt. ganz schön robust, dreieinhalb, ja, auch geprüft, TÜV-geprüft, dass nicht also jeder, jeder Schlag an Schienbein zum Kollaps führt, aber nicht so, dass wir alles mit ihm machen können. Und das ist die eigentliche Schwierigkeit, der wir gegenüberstehen. Jetzt will ich etwas über die Atomkraft sagen. Ich bin ja Kernphysiker, ja, und ich kann das eigentlich kurz machen, weil wir sehr viel geredet haben. Ich will gleich vorweg sagen, die Atomkraft ist für mich nicht diskutierbar. Und ich störe mich daran, dass ich zurückkehren muss an Unterhaltungen, die wir vor 30 Jahren geführt haben, 1975, ich erinnere mich noch. Und wir haben damals, wir haben damals auch eine Enquete-Kommission eingerichtet. Wir haben das alles ziemlich gut diskutiert. Der Auslöser war vielleicht eine große Anfrage im Bundestag im Dezember 1975, ja, und die Wissenschaftler wurden gefragt, was habt ihr eigentlich dazu zu sagen, ja, und die Wissenschaftler haben gesagt, toll, toll, ja, wir haben es, ja, gerade die Kernphysiker. Mein Institut ist ja das Institut Werner Heisenberg, die wir in der Kriegszeit den Uranbrenner entwickelt haben. Die große Energiezukunft der Menschheit, endlich etwas gefunden zu haben, die fossilen Brennstoffe gehen zu Ende, aber jetzt etwas Millionen Mal viel größer, was wir ausnützen können, ja. Und Sie müssen sich auch vorstellen, warum klammern sich diese Wissenschaftler daran, das hat etwas damit zu tun, dass sie sich verantwortlich fühlen, auch für die Entwicklung der Bomben, der Atombomben, ja, dass sie sagen, ja, die Wissenschaft ist trotzdem gut, es kommt nur darauf an, wie man sie benutzt, und jetzt werden wir der Menschheit eine Energiequelle erschließen, die unsere Sorgen für immer einfach beseitigt, ja. Ein Messer ist nicht nur da, meinen Menschen umzubringen, ich kann auch damit Brot schneiden. Und jetzt kommen wir her und sagen, das Brot ist auch nicht erlaubt, und sie können sich diese Enttäuschung vorstellen. Und deshalb klammern die sich daraus, diese Kernenergie doch noch der Menschheit wirklich zugutekommen zu lassen. Das ist die Diskussion, die wir haben. Aber ich muss Ihnen sagen, als diese Rundschrift kam von den drei Präsidenten der großen Forschungsinstitute, Max-Planck-Gesellschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Großforschungsinstitute, an die Institutleiter, unterstützen wir die Regierung für die Entwicklung der Atomkraft, ich habe es nicht unterschrieben. Ich habe es einfach nicht unterschrieben, habe es auf sich beruhen lassen. Dann wurde ich gesagt, warum hast du es nicht unterschrieben? Dein Institut hat doch das alles entwickelt. Und ich sage, ich werde es nicht unterschreiben, weil ich die Argumentation falsch finde. Und das hat mich damals dazu gebracht, dass man gesagt hat, ja, du kannst doch nicht einfach Nein sagen. Ich habe gesagt, Herr Rechthakter, ich sage, warum ich es nicht mache, auf diese Weise bin ich, in diese Kernenergie-Diskussion reingekommen. Und die Argumente, die ich jetzt noch mal kurz vorführe, die sind genau die, die wir damals vor 30 Jahren eben auch vorgebracht haben. Und man kann es mit einem schlichten Wort sagen, ja, dass man sagen kann, wir sind in der Situation eines Alkoholikers, der die Chance hat, in einer Schnapfabrik einzuheiraten und glaubt, jetzt seien seine Probleme gelöst. Ja. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir brauchen eine Entziehungskur, weil die Gesundheit ist doch viel wichtiger und nicht, dass ich ein lustiges Leben führe, sondern ein lustiges Leben, aber ohne Alkohol, das wollen wir doch eigentlich alle, ja. Und deshalb geht es um andere Sachen. Ich möchte nicht, dass man in einer Schnapfabrik lebt, dann habe ich nämlich sehr viel schwerer, gleichzeitig eine Entziehungskur zu machen. Und deshalb war damals einfach die Forderung, erst schaut mal hin, dass man diesen Energieverbrauch eben herunterbringt. Wir brauchen doch gar nicht so viel, weil es so üppig da ist, wir müssen das effizienter und effektiver einfach machen. Und das ist eigentlich sozusagen der Ausgangspunkt, dass man da anfängt, und ich sagte damals immer, wir sehen dann schon mal zu, ob wir hinterher überhaupt noch was brauchen, weil Sonderenergie haben wir nicht im Entferntesten mehr verwendet, in dem Sinne, dass man als man die Kohle entdeckt, eigentlich da nicht mehr furchtbar viel gemacht hat, in diesem Zusammenhang. Meine Grundforderung damals gegen die Kernkraftwerke war eine Grundforderung, die meines Erachtens schlagend ist und durch keine anderen Argumente eigentlich entkräftet werden kann. Und das heißt, jenestens in unserer Zivilisation, die wir vorgeben, dass wir zu ihr stehen, unsere Verpflichtung zur Bewahrung der Schöpfung, unsere Ehrfurcht vor allem Leben und die Beachtung der Menschenrechte, sollte uns Menschen streng verbieten, eine Technik zu entwickeln und zu betreiben, die im schlimmsten Fall ihres Versagens einen nach diesen allgemeinen Grundsätzen inakzeptablen Schaden verursachen kann. Das ist für mich die Forderung. Und ich habe wesentlich ausgelassen, unabhängig, was immer ich ausrechne, was die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten dieses Störfalls ist, für mich ist der Gesamtschaden, der möglich ist, die absolute Begrenzung. Und das ist der Punkt. Inakzeptabel heißt für mich, wenn der Schaden an jenem passiert, der ich nicht selber bin, der sozusagen den Nutzen davon hat, ja, ich kann mit allem Möglichen hier herumspielen, was gefährlich ist, ja, aber es spielt eine Rolle, wer trägt denn die Konsequenzen eines Risikos, das eingehen. Wir müssen risikofreundlicher werden. Schauen Sie sich mal an, diese alten Herren, die risikofreundlich sein sollen und sowieso wissen, in 20 Jahren sind sie weg vom Fenster. Die meinen gar nicht, dass sie je hier die Rechnung zu bezahlen haben. Wir müssen unsere jungen Leute, unsere Enkel ansehen, aber auch sieben Generationen und ich möchte 5000 Jahre vor mir sehen, von Menschen, die an diesem Weg weitermachen, diesen fantastischen Menschen noch weiter zu entwickeln, zu einer Größe, die ich bewundere und die noch viel besser entwickelt werden kann, als jetzt. Wir sind ja erst am Anfang unserer großen Kreativität angekommen. Wir müssen nur noch lernen, auch diese Kreativität nicht gegeneinander zu benutzen, sondern füreinander, für eine Gesellschaft, die auch dieses hohe geistige Niveau dann erklimmen kann. Radioaktivität. Radioaktivität, da gibt es, Sie haben hier viel gehört, schon beim Bergbau, wenn ich mit meinen, wenn ich mit meinen indianischen Freunden spreche, die darüber beklagen, dass man das abgereicherte Uran, das übrig geblieben ist, nachdem man Uran 205 rausgenommen hat, das Uran, das man aus ihren heiligen Bergen rausgenommen hat, weil die wegen der schwachen Radioaktivität die Blitze eben angezogen haben und heilige Berge von sie waren, dass man dieses abgereicherte Uran auf ihre Reservation wieder ablehnt und sagt, hier kommt eure heilige Erde wieder zurück. Sonst müssten Sie eine Sondermüllanlage damit tun, was viel Geld kostet. Das ist doch eine Schweinerei. Das wird gar nicht erwähnt, was da hier passiert. Dann kommt die Aufbereitung und all diese Zwischenschritte, die wir brauchen. Ich will das nicht mehr erzählen, das haben Sie in diesen Arbeitsgruppen eben alle gehört. Normalbetrieb von Reaktoren. Normalbetrieb. Ich war befasst mit Grundremmingen. Grundremmingen, einer der ersten Reaktoren, 1966 eröffnet. Wunderbar hat Radioaktivität eingehalten, unterhalb der Grenzwerte, die vorgegeben waren. Aber man hat auf der Karte gesehen, dass das Umfeld, dass die Pflanzen irgendwie kaputt gegangen sind und keiner wusste warum. Die Radioaktivität war doch so wahnsinnig schwach. Und wir haben nachgeprüft, was da war. Ja, die war wahnsinnig schwach. Dann haben wir festgestellt, ja, die haben den Grenzwert eingehalten, aber wenn sie den Reaktor runtergefahren haben, dann hat es diese Spitzen gegeben. Ja, und wenn in dieser Zeit die Pflanzen genau in einer sensiblen Entwicklung waren, sind sie gestört worden. Ja, das heißt, Mittelwerte, mit denen kommen wir nicht zurecht. Nur eine Anmerkung, es ist für mich nicht das Hauptthema, diese Hintergrundstrahlung, die man dann noch hat, sondern es sind einfach die Störfälle. Und da will ich gleich noch etwas dazu sagen. Die Störfälle, die also maximal verheerend sind und keiner kann verteidigen und sagen, dass das akzeptable Dinge sind. in Bezug auf Reichweite als geografische Ausweitung und in Bezug auf die zeitliche Entwicklung. Nicht Glutonium, eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren, also die Hälfte herunter. Nicht, was machen wir denn damit? Das können wir doch nicht verantworten in diesem Fall. So, und das hat etwas mit der Einschätzung des Risikos zu tun. Über die ich dann immer schreite, die sagen, ist doch nicht der maximale Schaden, der mir hier Sorgen machen muss. Wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit nur ein Millionstel oder ein Milliardstel ist, dann ist es doch praktisch null. Dann kommt doch dieser Störfall gar nicht. Denkste, denkste, was heißt denn Störfallwahrscheinlichkeit? Wir können es doch nicht experimentieren wie bei Verkehrsunfällen. Meinen Sie, die Versicherung macht es so, dass sie die Verkehrsknotenpunkte ansieht und die Autos, die Robustheit und ausrechnen, wie viele Verkehrsunfälle gibt. Nein, die warten einfach ein paar Jahre, um zu sehen, wie viele Verkehrsunfälle gibt. Und dann wird die Prämie festgelegt. Aber wir wollen ja keinen einzigen Unfall haben. Es ist gerechnet. Rasmussen rechnet diese Sachen. Da kommt eine statistische Wahrscheinlichkeit raus. Und Wahrscheinlichkeit sind relative Häufigkeiten. Wenn ich keine Häufigkeit habe, nützt mir die Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht. Dann kann dann morgen schon dieser Unfall eintreten. Es ist ja nur eine Statistik der Wahrscheinlichkeit. Ganz klar. Restrisiko. Restrisiko ist das, wenn etwas passiert, an das ich gar nicht gedacht habe. Das ist nur ein Maßstab von Fantasie. Die Dümmsten, die sagen, das Restrisiko ist klein. Und diejenigen, die also am meisten denken, die sehen das größer, weil ihre Fantasie größer ist. Und was passiert ist in Tschernobyl und was passiert ist in Harrisburg, schauen Sie sich nach. Ist so ein Restrisiko. Idiotische Menschen, nein, gar nicht idiotische Menschen, kreative Menschen. Kreative Menschen, die nicht nur jeden Tag vor einer Schalltafel stehen, sondern sagen, könnte ich nicht unsere Zeit nutzen, zu sagen, wenn das System ausfällt, dass ich mit der Restenergie dieses und jenes abschalten kann. Es liegt der kreative Mensch. Ich möchte nicht, dass man den Menschen die Kreativität austreibt, nur dass man diese Techniken eben hier eben haben kann. Wir wollen eine Technik haben, wo jeder von uns einen Fehler machen kann und es geht auch trotzdem weiter. Das ist menschengemachte Technik. Sie sehen auch, mit diesen langen Laufzeiten, von diesen Störfällen, es spielt für mich, also was heißt inakzeptabel, wenn ich, der das verursache, auch sozusagen den Nutzen habe, aber nicht dann das. Es spielt für mich eine Rolle beim Risiko ausrechnen, ob ich die Pistole gegen meinen eigenen Kopf halte oder gegen den Kopf meines Kindes. Sehen Sie da nicht einen großen Unterschied? Viele sagen, es ist doch das selbe Risiko. Mathematisch betrachtet, ja. Aber einmal ist es mein Kopf und einmal ist der Kopf meines Kindes, der überhaupt noch nicht weiß, was eine Kernwaffe ist. Wir dürfen keine Waffen, wir dürfen nicht tun, was sozusagen unsere zukünftige Generation, die ganzen Kosten eben hier und Schadensfällen eben dann aufbürden. Kernspeichungsreaktoren. Ein ganz wichtiger Punkt. Niemand hat jemals behauptet, dass die friedliche, die zivile Nutzung und die militärische Nutzung, dass die streng trennbar ist. Wir haben immer so getan, als ob das, was mit den Kernreaktoren, den Zivilen erzeugt wird, als ob das sozusagen nicht waffentauglich ist. Und nur, wenn ich eben Plutonium, wenn ich hoch angereichertes Uran habe, 235, mehr als 80 Prozent, nicht, dann ist es waffentauglich. Oder wenn ich Plutonium eben dann habe, das ist dann auch waffentauglich, aber nur, wenn es 239 hauptsächlich ist und nicht die anderen Isotope, ja. Ein 1-Kilowatt-Reaktor, das sind die normalen großen Reaktoren heute, biblisch ist es schon 1,3, die großen Reaktoren, die erzeugen jährlich 250 Kilogramm Plutonium. 250 Kilogramm Plutonium. Für eine Nagasaki-Bomben brauchen sie 8 Kilogramm. Das heißt potenziell 30 Nagasaki-Bomben, nur in den Abfall von 1 Gigawatt. Und wir haben 22 Gigawatt installierte Leistung, ja. Wer redet von dem Plutonium? Ja, das ist nicht so gefährlich, das muss ja wieder aufgearbeitet werden. Ja, muss aufgearbeitet werden. Aber könnte das nicht jemand tun, ja. Kann er das nicht tun, wenn man so viel von dem Zeug hat. Es geht schlicht und einfach nicht. Und auch wir haben hier in Deutschland 1975, haben wir einen Tag gehabt mit allen Kernenergiebetreibern hier. Und ich habe gesagt, wo können wir den Trennungsstrich ziehen. Und schon in den ersten zwei Stunden wird gesagt, es gibt keinen Trennungsstrich zwischen der zivilen und der militärischen Nutzung. Das heißt also, wir wissen, wir können das nicht auseinandernehmen. Und die wenigsten von uns wussten das, jetzt mit der ganzen Uran-Krise, dass wenn jemand eine Anreichung von Uran-235 macht, dass er das heute braucht, weil die zivilen Reaktoren, die fangen doch nicht mit Natur-Uran an, das 0,7% nur hat, da braucht man ein Riesendinger, ja. Sondern schon mit heute 3, 4% angereicherten Uran. Das gehört mit dazu zu einem normalen Reaktor und ist auch nach dem Nichtverbreitungsvertrag auch gar nicht verboten, ja. Und das regt mich auf. Heute Iran wieder. Man macht es demselben Spiel. Man sagt zuerst, die Irak, die haben Bomben. Jetzt beim Iran, da sagen sie nicht, dass sie Bomben haben, als ob sie kurz davon wären, vielleicht in 5 oder 10 Jahren. Es ist nur ein Trick. Wir werden wieder belogen von hinten bis vorne. Und das weiß ich schon, als jemand, der Zugang zu etwas besseren Informationen hat, als gewöhnlich, weil ich ein Kernphysiker bin, weil ich auch andere Leute kenne, die auf diesem Gebiet arbeiten. Aber ich ertrage es nicht, dass man der Bevölkerung sagt, der Iran wird jetzt gefährlich, weil er eine Bombe bauen könnte. Wir erzeugen mit jedem Reaktor 250 Kilogramm Glutonium. Wir sind 30 Mal gefährlicher. Aber wir sind ja keine Schurken. Ja, jetzt hat man diese zwei Länder. Das heißt, schon aus diesen Gründen, die Erpressbarkeit immer mit der Waffe, man braucht nur jemanden einen Schurkenstaat zu nennen und dann muss nur ein Staat hier in der Welt sein, der sagt, ich habe das Recht auf Ersteinsatz von Atomwaffen, ohne, dass ich, wenn auch die andere Seite keine Atomwaffen hat. Das ist doch die neue Version. Da brauche ich dir nur Schurkenstaat zu sagen und zu sagen, ich darf sie jetzt anwenden, weil ich habe kein, ich habe ein Erstschlagsrecht und nicht nur ein Zweischlagsrecht. Das gehört abgeschafft. An diesem Punkt, wir müssen einfach sagen, wir müssen von der Vorstellung loskommen. Das ist jetzt mehr die griechische Gefahr, dass man es nicht auseinanderhalten kann. Das führt ja dazu, dass man jeden, der jetzt die Kernenergie eben nimmt, der auch eine Bombe bauen kann. Wir müssen auch davon abkommen, den Krieg als Ultima Ratio zu verwenden und nicht nur echt, sondern auch als Drohmittel. Wenn ich damit drohe, bin ich am Schluss gezwungen, unter Umständen das anzuwenden. Der Krieg ist keine Ultima Ratio in dem Sinne, dass man sagt, es ist eine Möglichkeit, Probleme zu lösen, nicht sehr schön, aber doch eins, mit dem ich lösen kann. Wir lösen keine Probleme mehr mit dem. Also sollen alle schlicht und einfach sagen, Krieg ist mit Waffen geführt von dieser Art. Jede Waffe eskaliert dann zu dem, ist heute nicht mehr führbar. Und wir müssen alles tun, um es zu weiten. Wir dürfen nicht einmal damit drohen, weil durch die Drohung erreichen wir überhaupt nicht viel. Noch kurz über die zeitliche Reichweite, die Kernkraftwerke. Da streitet man sich, 60 oder 100 Jahre ist ja dort ganz egal. In der Größenordnung von 5000 Jahren, ich denke, ist das nur sozusagen ein Zwischenstadium. Das heißt, ich möchte dieses Zwischenstadium abkürzen, so schnell ich kann. Das heißt, wir müssen total runter von jeder Kernenergie Nutzung, auch von der sogenannten Zivilen, weil es nicht fändbar ist. Und wir auch jetzt bei Störfällen noch die zusätzliche Belastung haben, dass nicht einmal nur das Restrisiko, meine Fantasie, eine Rolle spielt, sondern dass es jetzt auch ein Target ist für Terrorismus mit gewöhnlichen Sprengstoffen. Da geht nicht die Menschheit zugrunde. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Münchern sage, wenn Ohu so getroffen würde, dann müsste man wahrscheinlich Bayern für 48.000 Jahre muss man räumen. Und die Australier würden sagen, ja, das macht nicht viel aus. Die Menschen müssen Risiko auf sich nehmen. Ja, so ist es ja. Ja, wenn es nur den anderen erwischt und die Menschheit geht da nicht zugrunde. Die Kernenergie muss einfach weg, weil ich diese Zweideutigkeit, der eine darf es und der andere darf es nicht, das geht schlicht und einfach nicht. Schon, wenn wir wirklich anstreben, dass wir eine friedliche Gesellschaft auch haben wollen. Über die Kosten will ich mal zunächst gar nicht sprechen. Das kann man so oder so reden. Die Kernkraft kommt für mich nicht in Frage, also brauche ich auch die Kosten nicht mehr zu berechnen. Da gibt es auch Rechnungen. Da will ich auch immer nur von vornherein sagen, also diese ganzen Kostenrechnungen, wenn man die ehrlich machen müsste, dann müsste man auch sozusagen den Brennstoff mit in die Kostenrechnung einbeziehen. Ich sehe da immer wieder Kostenrechnungen, wie man Gaskraftwerke mit Windkraftwerke vergleicht, ja. Aber bei den Gaskraftwerken und Kohlekraftwerken lässt man ja das Wichtigste weg, wie man das CO2 wieder zu Kohle und zum Erdöl macht, ja. Und das ist nämlich ziemlich aufwendig, ja. Und auch gar nicht so kostengünstig, ja. Noch ein kurzes Wort über Kernfusionsreaktoren. Die sind ja auch immer noch da. Nicht so gefährlich wie die Kernspaltungsreaktoren. Tritium ist ein gefährlicher Stoff, der im Übrigen sehr geeignet ist, als Reaktor Plutonium auch zu richtigen, waffenfähigen Plutonium zu machen. Das war eine Verstärkersache. Aber ich würde sagen, da schreckt mich die Komplexität an. Das ist ein Apparat, der so empfindlich ist, den muss man so wahnsinnig schützen. Da wird auch der Rest an Kreativität des Personals ausgetrieben werden müssen, damit es überhaupt lange Zeit geht. Und das sind wahrscheinlich, wir wissen nicht, wie das Ding aussieht. Und wir brauchen es auch gar nicht. Es gibt andere Beschränkungen und zu denen muss ich jetzt kommen. Jetzt noch, hier ist einfach nochmal mein Nein eben ganz deutlich gesagt. Zunächst mal, wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, das muss ich Ihnen noch zeigen, ja. Aber für mich, die wesentliche Beschränkung ist nicht die Ressource, sondern resultiert aus der möglichen Destabilisierung des Biosystems, in das wir existenziell eingebete sind. Es ist, die Sorge liegt an dem Ende der Pfeife, des Rohres, end of the pipe, ja. Nicht an der Ressource. Wir dürfen nicht so herumtoben, wie wir das bisher machen. Und wenn wir mehr Energie haben, werden wir mehr toben. Wir müssen, die Toberei müssen wir in etwas zivilisierte Bahnen machen. Nicht jeden Tag, aber nicht alle Tage, ja. Ich bin auch jemand, der gern herumtobt. Das ist erlaubt. Aber wenn wir 265 Tage im Jahr machen, ist es ein bisschen zu viel, auch für uns letzten Endes, ja. Und die Rumpfoberei ist ja überhaupt nicht so lustig. Das hat etwas mit unserer Gier zu tun. Und ich bin lange genügend in Energiekommission gesessen und weiß das. Der Grund, wenn immer man über erneuerbare Energien spricht, und ich habe also sehr lange über diese Sachen gearbeitet, es ist mühsam, ja, klar. Eine Lawine loszutreten ist einfacher, um einen Berg aufzuklettern. Braucht mir niemand zu sagen, dass das von alleine geht, ja. Da brauche ich auch ein bisschen Hilfe, da muss ein anderer mit mir zusammen das machen und der Fels darf nicht zu platt sein, sonst rutsche ich ab, ja. Das ist ganz klar. Aber dazu sind wir ja da. Wir sind kreative Leute, die gegen den Strom schwimmen und das Leben auf dieser Erde immer weiter aufbauen und uns nicht einfach sozusagen wie ein Vulkan zu gebärden, der einem riesen Knall eben alles kaputt macht, ja. Es ist doch interessant, bei den Bergsteigern zu sein, die am Schluss des Tages oben am Berg stehen und nicht unten im Tal liegen, weil sie abgestürzt sind, weil sie zu schnell geklettert sind, ja. Nein, mit denen möchte ich mich eigentlich identifizieren. Aber die Zentralisierung Tendenz ist ungeheuer stark und das ist meines Erachtens der Hauptgrund. Die fossilen Brennstoffe waren zentralisiert. Man braucht wieder etwas, was genauso zentralisiert ist wie die fossilen Brennstoffe und deshalb geht man in diese Richtung und das hat ja Hermann Scher gestern auch hervorragend gesagt. Es ist die Machtstruktur, gegen die wir angehen, und nicht weil wir das eigentlich in dem Sinne wollen. Und die Dezentralisierung, die Dezentralisierung, viele sagen, um Gottes Willen, Dezentralisierung, das ist was Wunderbares, weil es uns wieder den Homo economicus wieder zum Homo sapiens macht, dass es auf jeden von uns ankommt und nicht nur auf unsere Fähigkeiten, uns zu entfalten, wunderbar, sondern diese Fähigkeit auch einzubringen in die Gesellschaft, sodass die ganze Gesellschaft mitwächst. Nur dann kommt in der Evolution des Lebendigen der Erschöpfungsschritt zustande, eine Stufe höher. Nicht, dass einer wie ein Wilder vorausrast und alles übrig in Scherben schlägt. Nein, ein Schritt in der Entwicklung des Lebendigen ist am Schluss eine kooperative Integration auf ein neues Niveau. Stellen Sie sich den menschlichen Körper vor, das sind alles Zellen, wo eine Zelle die andere bekämpft. Ja, das ist ja lächerlich. Wir werden doch nicht so gut organisiert, dass wir also 70 Jahre und älter werden und es immer noch nicht zum Krach gekommen ist. Welche Fähigkeit an Kombination, an Kooperation, das ist eingebaut im Paradigma des Lebendigen und das können wir auch und wir wissen das auch, wir sind doch gar nicht diese aggressiven Menschen. Wir wollen doch kooperieren und es macht uns auch Spaß. Den größten Spaß haben wir, wenn wir etwas miteinander machen und an das muss man die Leute nur wieder erinnern. Ja, und dann kommen wir auch weiter und kommen auch in der Entwicklung weiter in diesem Fall. Ich will das noch mal kurz noch mal da eben anknüpfen, dass in diesem Fall uns die Sonne als Energiequelle als einzige bleibt und ich sage noch mal, es ist nicht die Energie der Sonne, sondern die gerichtete, geordnete Energie, die von der Sonne kommt, nämlich die abgestrahlte Energie, mit der können wir nicht mehr viel anfangen, die wir hier für diesen Prozess eben benutzen können. Und jetzt kommt eben die Frage der Belastung und hier noch mal diese Kurven, dass wir festgestellt haben, das Kohlendioxid ist wirklich, obwohl es in so geringen, in geringer Form in die Atmosphäre kommt, verändert das Klima und deshalb auch unsere Anpassung an dieses Klima. Da geht nicht die Menschheit zugrunde, aber ich meine, wenn Europa geräumt werden muss und wir müssen ein Bleiben in Afrika suchen, das wird nicht ganz so gewaltlos ablaufen, wie ich vermute. Und da kann man also diese schönen Kurven machen. Ich will nur das Folgende damit sagen, dass wir also jetzt die Beteiligung des Menschen eben mit dem CO2 das Säben mit diesen 6,6 Tonnen Kohlenmilliarden Tonnen, die wir in die Atmosphäre hereinschieben und wir müssen wahrscheinlich auf 2 Gigatonnen eben zurückgehen. Wir haben nicht alles im Visier, nämlich das Biosystem, das heißt unsere Äcker und so fort, die haben auch einen Austausch von Kohlenstoff mit der Atmosphäre und zwar von 100 Tonnen, die reingehen und 100 Tonnen, die wieder rausgeholt werden. Und wenn hier eine einprozentige Schwankung da ist oder so, dann haben wir sofort auch schon mit einer Tonne zu tun. Und wir stellen im Augenblick fest, dass das Schrumpfen des Humus der Erde vergleichbar ist mit dem CO2, dass die ganzen Kraftfahrzeuge, die Autos in die Atmosphäre entziehen. Aber niemand schaut auf das. Auch der Austausch mit dem Wasser verstehen wir nicht. Der 16 Mal größer ist als der, der da ist und nur kleine Abweichungen eben da sind. Also nur zur Anmerkung. Ich bin dafür, dass man auf das Wetter achtet, weil das für uns so zugänglich ist. Aber zu glauben, damit haben wir es wirklich geschafft, damit ist es nicht getan. So, und jetzt will ich aber also mein Hauptargument eigentlich einbringen und das ist die folgende Überlegung. Das hat mit der Belastung des Biosystems System zu tun. Ich sage es nochmal. Ein instabiles System, statisch instabil, instabil, das klingt schrecklich, aber instabil heißt extrem sensibel, weil unsere Lebendigkeit hängt mit der Sensibilität zusammen. Wenn wir so stabil wären, wie das Tode, dann wären wir wie ein Pendel, das nach unten hängt. Dann wäre nichts mit unserer Lebendigkeit. In dieser Instabilität entwickeln wir das, was wir Lebendigkeit nennen. Das ist nicht eine andere Materie, die gibt es sowieso nicht, nach der neuesten Wissenschaft. Alles ist lebendig, aber wir sehen etwas von dieser Lebendigkeit. Aber wie soll ich das Lebendige, das da oben ist, in dem Zustand des Schmetterlings, wo ein Schmetterlingschlag einen Taifun auslösen kann. Es ist nicht der Schmetterling, er braucht eine instabile Wetterlage, in dem das passiert, sonst passiert mit dem Flükelschlag überhaupt nicht. Aber wir haben die Fähigkeit, uns in diese Instabilität zu bringen. Und dann kommt unsere Schöpferkraft eben zum Vorschein. Aber wir wollen das nicht nur eine Mikrosekunde haben, sondern dauernd. Und um das zu haben, brauchen wir ein Zusammenspiel von vielen von diesen instabilen Systemen. Und das machen wir jeden Tag. Wir stehen auf einem Bein, weil wir die Freiheit des Feilens haben wollen in jeder Richtung. Freiheit ist wichtig. Einmal gelebt, aber da liege ich auf Boden. Nicht sehr ausgiebig gelebt. Ein zweites Bein, das genauso denkt. Und zwei Beine, die zusammen gehen und eine Logistik haben, dass das andere Bein nach vorne geht, wenn das erste fällt. das heißt laufen und gehen. Das ist das Leben, das dann über Jahre geht und Jahre und Jahrzehnte geht. Eine stabilisierte, dynamisch stabilisierte Instabilität. Und dieses Laufen, das kostet ein bisschen Energie, weil ich mein Bein jedes Mal strecken muss, wenn es nach vorne geht. Es ist nicht nur ein ewiges Fallen, sondern auch immer wieder ein Strecken. Und das ist der Grund, warum wir die Energie brauchen. Nur zur Stabilisierung, aber nicht um das auszumachen, was den Menschen zum Menschen macht, nämlich die Sensibilität zu haben, Dinge zu erkennen, die wir nicht so energetisch und materiell wahrnehmen können. So, und jetzt kommt der Punkt. Dieses System ist in Gefahr zu stürzen. Das ist das Kartenhaus, auf dem wir herumspringen. 13 Milliarden, 13 Terrawatt Primärenergie Leistung, das heißt, 13 Milliarden Kilowattstunden pro Stunde verbrauchen wir an Energie für unseren Privatverbrauch. Und die Sonne, die verbraucht 45 Terrawatt, um das ganze biologische System zu stabilisieren. Wir sind also schon bei einem Viertel angelangt. Das heißt, die Kräfte, die das System stabilisieren, das wird mit 25 Prozent schon gestört. Und das ist die eigentliche Gefahr. Großes Artensterben in gewissen Sachen. Vor dem stehen wir. Wir dürfen nicht beliebig herumtoben. Und diese Zahlen sagen Ihnen nicht viel. Ich will Ihnen einige Zahlen geben, die Ihnen was sagen. 13 Milliarden Kilowattstunden pro Stunde ist die Leistung von 130 Milliarden Energiesklaven. Wir leisten Jahr nur einen Minderteil der Arbeit. Wir haben jetzt unsere Maschinen. Wir ersetzen den Menschen zu einer Maschine, der Menschen Arbeit ersetzt. Sie wissen, was eine Pferdestärke ist? Eine Menschenstärke ist eine Viertel Pferdestärke. Das wissen diejenigen, die im Krieg waren. Vier Leute brauchten wir für einen Pflug, um zu pflügen. Vier Menschen, das ist mir im Kopf geblieben, ist wie ein Pferd. Eine Viertel Pferdestärke ist eine Menschenstärke. Aber wir waren nur nach einer Stunde erschöpft. Mein Energiesklave, der arbeitet zwölf Stunden am Tag. Das ist eine Energiesklave. 6,5 Milliarden Menschen beschäftigen im Hintergrund 130 Milliarden Energiesklaven. Das ist unser Problem. Nämlich sind nicht die Menschen, die dieses Biosystem in Schwierigkeit bringen, sondern es sind auch die von uns angestellten Energiesklaven, die das für uns machen an unserer Stadt. Wir brauchen eine Geburtenkontrolle von Energiesklaven. Die Frage, wie groß muss die sein? So, und jetzt kommt eine Rechnung, die will ich nicht vorführen, dass ich ausgerechnet haben, die Belastungsfähigkeit der Erde, das Biosystem der Erde liegt in der Größenordnung von 100 Milliarden Energiesklaven. Wir haben bereits schon 130. Wir sind also schon darüber und das ist die eigentliche Beschränkung, auf die wir hin müssen. Das heißt, wir können noch so große Maschinen haben und jetzt durch Fusion erzeugen, es ist uns nicht erlaubt, die in einer Form zu verwenden, die verschieden ist von dem, wie die Sonne das macht, mit geringer Energiedichte, dann wird das nämlich einfach in den Weltenraum zurückgestrahlt, sondern wir führen es als Prozess Energie ein, wir machen Straßen, wir machen chemische Verbindungen und in diesem Fall stören wir das System . dass wir also hier einhalten müssen. Wo sind die 150 Milliarden Energiesklaven? Die sind selbstverständlich nicht gleich verteilt. Das ist ganz interessant. Ein Amerikaner hat im Mittel 110 Energiesklaven. Wir haben in Mitteleuropa 60, 50, 55 bis 60. Die Chinesen, die haben damals zu der Zeit, wo ich es ausgerechnet haben, 8, die haben in der Zwischenzeit 10 Energiesklaven und Bangladeschi hat nur einen Ein. Wenn ich ausrechne, 100 Milliarden ist die Belastbarkeit, dann kann ich fragen, wie viele Energiesklaven darf ich eigentlich für mich beanspruchen, wenn ich mal so tue, als ob ich ganz gerecht sein will. Dann dürfte jeder von uns eigentlich nur 15 Energiesklaven 1,5 Kilowatt einsetzen. 15 Energiesklaven das ist was wir haben müssen und wir sind mehr bei 60. Wir müssen auf ein Viertel herunter. Und dann kann man sagen, machst du unmöglich, Steinzeit und all diese Zeug. Es ist nicht Steinzeit, es ist das Energieniveau eines Schweizer von 1969. Schon einfacher als heute, aber viele von ihm wissen das nicht mehr, der ist nicht nur auf seiner Alm gesessen, da sind der Gentler schon auch mit dabei. Das ist nicht ein Leben in Sack und Asche. Das ist schon eigentlich ganz komfortabel. Das heißt, das ist eigentlich das Ziel und das ist unsere eigentliche Schwierigkeit. Und mehr als 60 Energiesklaven haben zu wollen, da von Energiehunger zu sprechen, ist doch lächerlich, ja? Wenn Sie ausrechnen, für unsere physische Existenz brauchen wir 50 Watt, also wenn jemand weniger als 50 Watt hat, dann kann er von Energiehunger sprechen. Das müssen wir jedem garantieren, ja? Ein chinesischer Bigu, der braucht überhaupt nur 12, also es gibt auch noch ein Sparprogramm bei Menschen, dann braucht nur 12 Watt, aber das will ich Ihnen gar nicht zumüben. Also die 1200 Kalorien, die sind 50 Watt, nicht, die können wir haben, aber wir sprechen jetzt über 5500 und sprechen von Energiehunger, ja? Lächerlich. Wir müssen wirklich runter von diesen Sachen. Ich will das jetzt mal mit dem Kohlendioxid auslassen, ich kann Ihnen noch sagen, wie viele von diesen Energiesklaven, die wir beschäftigen, Kohlenstoffenergiesklaven sind und wie viel wir von denen sozusagen in die Wüste schicken müssen. Das Wichtigste ist jedenfalls für mich diese Stabilisierung, ja? Und der Hauptpunkt ist, von 60 auf 15 runter zu gehen, kann ich eigentlich leisten, weil nämlich 45 von diesen Energiesklaven gar nicht für mich arbeiten, sondern nur rumtoben. Das ist das Effizienzproblem. Wir wollen ja die Dienstleistung haben und nicht, dass man sozusagen Energie einfach verschwendet, ja? Ich will ja nur die geordnete Eigenschaft der Energie für mich verwenden und da brauche ich wirklich nicht die vielen Energiesklaven. Ich bin nicht sicher, ob man den Faktor 4 hinbekommt, so dass ich sage, können unser Energiestandard beibehalten, wenn wir auf Effizienz und Effektivität eben auch dann achten, dass wir auch die Logistik wirklich gut machen. Bei der Wärme kann man sozusagen auf 10% herunter geben, aber das ist ganz bestimmt, ist die Art und Weise, wie wir zunächst mal an dieses Problem herangehen und in diesem Zusammenhang können wir ja, ich will jetzt einfach hier ein paar Kurven zeigen, die wir also vor einiger Zeit auch erarbeitet haben, wie wir vom jetzigen Standpunkt eben herunterkommen können. Auf der einen Seite von unten kommen die erneuerbaren Ressourcen herein und von oben Sie sehen die Kernenergie ist da blau gezeichnet, die haben wir also schon eingezeichnet, dass die im Jahr 2010 ist und dann kommen die übrigen Einsparungssachen und also das existiert alles, das ist von der europäischen Gemeinschaft ist eben entwickelt worden, wie man bis zum Jahr 2050 herunterkommen kann. Da wird einem vieles noch einfallen und Sie müssen immer wieder sehen, als die Sonnenenergie als solche, die ist ja ein Faktor tausendmal noch drüber, das heißt ich komme nicht sozusagen in Konflikt, was man kommen könnte, dass unsere Nahrung erzeugen gewissermaßen in Konflikt kommen mit unserem Autoverbrauch, ja, ja, also ich möchte nicht, dass Sie also einen ganzen Kraftstoff genügend haben, bei Auto zu fahren, aber dass wir dann mit der Nahrungsschwierigkeiten bekommen. Wir müssen das noch etwas glücker machen, aber ganz bestimmt für die Übergangszeit können wir das anders machen. Ich will deshalb hier nochmal diesen Begriff Einführung Suffizienz, es ist nicht nur Effizienz, ja, das heißt, also die Ordnungseigenschaften, die Syntropie maximal auszureiten aus den Brennstoffen, nicht nur die Effektivität, das heißt die Aneinanderreihung, die Prozessfolge zu optimieren, sondern Suffizienz, wie viel ist genug, ja, und Sie müssen darauf kommen, dass Sie immer mehr sehen, weniger ist mehr. Wir brauchen nicht eine Kultur des Verzichtes, ja, wie viele meinen, sondern wir brauchen eine Kultur der Offenheit und der Flexibilität. Wenn wir wie der Herr über unser eigenes Leben werden, zu einem großen Teil, dann öffnet sich die Welt und für jeden von uns auf eine neue Art und Weise, auf eine kreative Art, in dem er wirklich Homo sapiens werden kann, dass er sich entwickeln kann, ja, das ist die Welt, die wir anstreben und ich will Ihnen das nur sagen, ich könnte dann eigentlich mit dem auch schließen, dass wir für kürzlich eine Tagung in München hatten, mit dem Goethe-Institut zusammen mit den alternativen Nobelpreisträgern, die da bekommen, ich habe ja auch den alternativen Nobelpreis bekommen, das sind Leute, die also sozusagen vor Ort tolle Sachen gemacht haben, aber auch einen Überblick haben, ja, und wir haben da auch über die Armut in der Welt gesprochen und dann haben uns die Leute aus der dritten Welt gesagt, wir würden gern beim nächsten Treffen einmal über die Armut der ersten Welt sprechen und nicht die physische Armut, sondern über die geistige Armut. Es erschreckt uns, es erschreckt uns zutiefst, wie ihr euren Individualismus, der ja wunderbar ist, dem Menschen die Freiheit zu geben, seine eigenen Fähigkeiten voll zu entwickeln und nicht nur physisch, emotional und geistig, dass ihr diese Menschen dann loslasst und sagt, die können dann auf Eigenrechnung alles Übrige versklaven, anstatt dass mit dieser Freiheit von Fesseln zusammenhängt eine Freiheit zu etwas, die bedeutet, diese Fähigkeiten in der menschlichen Gesellschaft einzubringen als ein Geschenk für die Möglichkeit dieser Entfaltung als Möglichkeit und das ganz selbstverständlich mit Freuden, wenn sie geben können, das ist eine tolle Sache und wir wissen, dass wir die Fähigkeit haben dieser Zusammenarbeit, lassen wir uns nicht davon täuschen, wenn ich das statistisch ausrechne, mit welcher Wahrscheinlichkeit 6,5 Milliarden Jahren durch Gespräche dazu kommen, einen Frieden zu etablieren, dann kommt statistisch heraus, 0,0,0,0, das geht überhaupt nicht, aber wenn sie davon ausgehen, dass sie mit Menschen und Lebewesen ausgehen, die 6, die 3,5 Milliarden Jahren nur durch Zusammenarbeit überhaupt dieses Niveau der Entwicklung erreicht haben, dann werden sie feststellen, dass es nicht die menschliche Sprache ist, die diese Ordnungsstruktur schafft, aber die menschliche Sprache es ist, uns wechselseitig daran zu erinnern, dass wir die Fähigkeit zur Kooperation haben und das auch mit Freude machen, dass die Empathie etwas ist, was in uns steckt und entwickelt werden will und wir Freude daran haben, aber ich nicht als Idiot dastehen will, dass die andere Entwicklung über mich hinweg geht und mir nicht mal die 50 Watt gibt, damit ich atmen kann und leben kann. Wir haben das Potenzial, dass wir uns nur wechselseitig erinnern müssen an das, was wir eh schon wissen. Das ist unsere Aufgabe und deshalb sind wir auch hier zusammen. Vielen Dank. Applaus 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 Darf ich das folgend noch dazu sagen? Es ist eigentlich die Frau in uns, die uns diese Möglichkeit schafft. Wir haben das Sprichwort Tibetanische, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach, als ein Wald, der wächst. Es ist der wachsende Wald, der uns hier sitzen lässt, nicht die fallenden Bäume, über die die Geschichte eben berichtet. Und es sind historisch auch die Frauen gewesen, dieser langsam wachsende Wald. Wir brauchen die Langsamkeit, um diesen Zusammenhalt zu organisieren. Wir brauchen Zeit und eine Gesellschaft, die sich keine Zeit mehr nimmt, für den Aufstieg am steilen Berg. Die wird abstürzen. Applaus 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 Applaus